Ah, den kann ich mir doch noch hier ein bisschen zerfetzen. Oh. Get tricked. Get fucked, bitch. Wait, you got fucked. Not me. Ey, na wenns. Ey. Ich hasse das. Warum kann er durch mich durchlaufen? Das ist genauso schlimm bei den Leuten, die dich dann anfangen zu boxen. Und dann, und dann rennen die in dich rein und du kannst die nicht abschießen, weil deine Waffe ist vor dir. Wie kannst du jemanden abschießen, der in dir drin ist, ne? Das ist dann auch mal echt blöd. Aber ich hab auch, mein Aim war auch gerade richtig fail, ja. So. Egal, wir sind die ersten zwei Runden Platz 10 geworden. Ne, sogar einmal Platz 3, einmal Platz 10 und dann, jetzt geht's anscheinend wieder bergab hier. Mann, wobei, die Runde hätte jetzt wahrscheinlich echt fun gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das sagt er, wir sind die zwei Runden zu beantworten. Okay, ich hab' die 3-6-6-6-6-6. Ja. Ich hab' die 3-6-6-6-6. Ich hab' die 3-6-7gein, jetzt geht's, wie compositions. immer schlechter. Je länger man spielt, umso schlechter wird die. Keine Ahnung, woran das liegt. Was will ihr von uns? Du bist bei mir in der Lobby. Rundes Kastenbrot. Mann. Dann gucken wir mal. Probieren wir es mal aus. Mal gucken, wie lange ich hier überlebe. Aber ich hoffe mal, eigentlich lang. Wobei in den letzten Runden sah es jetzt eher weniger optimal aus. Da haben wir hier ein schickes Gebiet. Da können wir doch mal was ausprobieren. Unser Glück. Welches Haus nehmen wir denn? Ich nehme eher lieber... Ah, nehmen wir das. Da hinten ist auch gerade einer gelandet, wenn ich das so richtig gesehen habe. Waffe, Waffe, Waffe. Komm, komm, komm. Hat er die Muni aufgesammelt? Ne, hat er nicht. Okay. Jetzt nehmen wir diesen blöden Helm. Das gibt es doch nicht. Jetzt gehe ich extra diese Tür hier raus, damit ich darüber zu dem anderen Typen kann. Weil wenn ich eins im Battle Royale gelernt habe, dass hier niemanden am Leben ist. Nicht um eine Sekunde länger. Da hätte das... Ja, der ist hinten rein. Der ist hinten rein. Tür ist offen. Ich höre ihn aber auch nicht. So, entweder kämpft er jetzt hier drin. Na gut. Oder ich habe mir das eingebildet. Keine Ahnung. Oh, der ist hier drin. Kommt der denn hier rein? Wie kommt der denn hier rein? What? What? Okay. Die ganzen weißen Dinger. Schön auffällig am besten, ne? Oh, der hat mir eine AK mitgebracht. Das ist aber nett. Probier mal fix das Auto hier aus. Fuck. Das war klar. Das war klar. Jetzt ist natürlich blöd, weil der eine Typ wird hier... Ich habe so wenig getroffen, Alter. Ach der Scheiße. Oh, sorry. Aber danke für dein Zeug. Ja, kein Problem. Viel Glück. Danke. Und sagen wir, wir suchen mal ein bisschen Action. So, äh, you up for some action? Ah. Okay. Coming, 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 coming. Coming, coming. Coming, coming, coming. Was? Watch out! Another guy. Ja, wir sind zu zweit, zwei Leute. Someone is shooting at us. Sorry, we just met. Wo ist denn unser Kumpel hin? Ja, I'll probably get first though. Ich glaube, mein Kumpel ist tot. Ich glaube, er ist tot. Softmodel, are you dead? Oh ja, ich sehe ihn. Wow, der trifft echt gut. Aber wir treffen besser. Oh, zwei Prozent leben. Knapp. Knapp, 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 knapp. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich sollte auf jeden Fall erstmal meine Waffen hier nachladen. Haben wir? Okay, wir sind... Tja. Okay. Ähm, das war ungeplant. So, das kann aber eigentlich nicht sein, dass hier gerade so wenig los ist. Ich habe noch keinen einzigen Schuss gehört. Ach, da hinten. Nee, oder? Den haben wir jetzt nicht getroffen. Also, auf meiner Maus war ich da echt ziemlich gut oben. Ja, von hinten schießt auch noch einer. Ich hoffe mal nicht, dass der auch eine Shotgun hat. Der Framerate gerade, ne? Warum hat er sich nicht die Waffe genommen? Warum? 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 Warum nimmt er sich nicht die AR, die hier direkt vor seinen Füßen liegt? Warum? Oh, Mann, der Typ, ey. Ah ja, gut.